Goodbye-Deutschland-Star Manuela Reimann genießt ihr Familienglück in vollen Zügen. Seit Tagen versorgt uns die 51-Jährige auf Instagram mit Einblicken vom Besuch bei Tochter Janina und ihrer Familie in Portland. Bei einem ihrer letzten Schnappschüsse müssen wir jedoch zweimal hinsehen. Auf einem zuckersüßen Generationens-Selfie posieren Oma Manuela ihre Tochter Janina und Enkel Charlie glücklich vereint und strahlen gemeinsam um die Wette. Moment mal, Oma Manuela? Die Ähnlichkeit der 51-Jährigen zu ihrer 18 Jahre jüngeren Tochter ist verblüffend. Beide sprühen nur so vor Natürlichkeit und Lebensfreude mit ihrem breiten Lachen und den auffallend grün-blauen Augen. Die Frisur hat sich Janina wohl auch von ihrer Mama abgeschaut. Die optischen Parallelen der beiden fallen auch den begeisterten Fans auf. Ihr könntet Schwestern sein. Wahnsinn, wie ihr euch ähnelt. Ich sehe keine Oma, ich sehe zwei Schwestern mit Kind. Viele der Fans vermissen jedoch auch einen anderen Teil der beliebten TV-Familie. Sie fragen deshalb, ob es auch ein Wiedersehen mit Sohn Jason und seiner Familie in Texas geben wird. Darauf antwortet die Wahl-Hawaiianerin. Besuch bei ihm war geplant, aber leider geht es gerade nicht. Die vier kommen aber bald nach Hawaii. Wir können uns also auf weitere Familienschnappschüsse aus dem Inselparadies freuen.